So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Und ich werde gleich erklären, was genau und wie und wo und warum. Ich muss nur kurz mal hier schauen. Private Gruppe. Ein Nachtara Raid. Und ich muss mich noch einladen. Ramses der Dicke. So. Ich habe mir nämlich gedacht, der Benjamin ist ja immer so sehr angespornt. Der will ja immer, wenn neue Raid-Bosse da sind und so, gucken, was im Dreier-Raid ist. Und ob man das Solo machen kann. Und da ich ja einen relativ starken Account habe, ja, nennen wir es einfach mal relativ starken Account. Wollte ich mal probieren, ob ich alle Evoli-Entwicklungen Solo schaffen kann. Angefangen mit Nachtara. Das ist der erste, der mir da angezeigt wird. Wir werfen einfach mal direkt einen Pass rein. Wir haben also Nachtara, wir haben Psiana, wir haben Blitzer, Aquana und Flamara. Diese fünf. Das Video ist jetzt am... Ich habe das am Sonntag. Nehme ich das auf. Denn wenn ihr das seht, bin ich wohl noch unterwegs mit Natururin und so weiter. Mit dem anderen Account gehe ich jetzt auch hier raus. Äh, wir sehen hier Kampf. Das ist sehr schön. Ich glaube, das werde ich einfach so drin lassen, wie es jetzt ist. Beziehungsweise, ich kann ja selber mal hier hin. Kampf Pokémon gegen Unlicht. Mal sortiert hier nach den WP. Nehmen mal das so zuerst an. Jetzt hat es wieder Fili-Nare da rein. Was ist denn los mit dem? So, Kampf Pokémon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs Kampf Pokémon gegen Nachtara. Ich muss nämlich sehen, dass ich die Woche irgendwie überbrücke. Das heißt, ich werde ein Video vorbereiten für Mittwoch. Und zwar Raider Mittwoch. Das habt ihr dann gestern gesehen. Das werde ich jetzt, glaube ich, hier am Donnerstag hochladen. Da packe ich das rein. Ich werde noch eins für Freitag vorbereiten. Ich werde eins für Samstag vorbereiten. Ich werde eins für Sonntag vorbereiten. Ich weiß noch nicht genau, wann die wieder gehen. Und wann ich dann wieder Zeit für euch habe. Aber, damit ihr nicht leer ausgeht. Dachte ich mir, packe ich das mal hier hin. Ihr könnt ja mal vergleichen. Ihr könnt ja mal sagen, habt ihr auch schon mal einen Nachtara Solo gemacht? Wie habt ihr das geschafft? Wie viel Zeit hattet ihr übrig? Was für Pokémon habt ihr genommen? Und ich habe jetzt hier als erstes zum Beispiel ein Maromei drin. Das ist ein 100%iges auf Level 50. Deswegen hat er es auch 3455. Ich hatte ja einen Seeday erst letztens. Da konnte man natürlich gut XL-Bombombs farmen. Wir haben am Ende des Seeday-Videos dann eins gepusht auf Level 50. Ist also eine feine Sache. Und mit Maromei dürfte das eigentlich auch kein Problem sein. Hat hier Konter Wuchtschlag. Ich dachte mir, die Woche steht eh, Felinara wurde eingeführt. Alle haben sich Felinara gemacht. Die Evoli-Entwicklungen waren drin. Ich habe noch ein Push-Video vor, wo ich alle Evoli-Entwicklungen auf Level 50 pushen möchte. Und das seht ihr, glaube ich, dann am Freitag oder so. Also morgen. Ist voll komisch, wenn jetzt gerade Sonntag ist und man redet schon für die Zukunft und versucht so zu reden, dass es dann an dem Tag ist, wo ihr das auch seht. Also ich bereite einfach ein bisschen was vor, weil gerade in der Zeit werden keine Streams stattfinden. Deswegen mache ich ein paar Videos, haue ich dann raus und dachte, für manche ist das vielleicht ganz interessant, die jetzt die Evoli-Entwicklungen raiden. Eigentlich ist es unnütz, die zu raiden. Meiner Meinung nach, ihr könnt die alle entwickeln, ganz super einfach. Manche nehmen das trotzdem als Herausforderung an und sagen, sie wollen dann mal einen Raid probieren, was sehr vernünftig ist. Oder um Medaillen zu pushen. Ihr wisst, dass für die Trainer-Hoffnung verschiedene Arten am Pokémon könnt ihr raiden. Da zählt das dazu auch für die Champion-Medaille, weil es ein nicht-legendärer Raid ist. Jetzt habe ich mir hier schon mal einen Psyana gesucht. Versuche jetzt schon mal hier einzuladen fürs Psyana in der Hoffnung, dass der Kampf, wenn der aus ist und nicht gefangen habe, ich direkt zum Psyana wechseln kann. Bam, 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 bam. Es zieht sich ein bisschen, aber Meistergriff auch richtig gutes Kampf-Pokémon. Das haut natürlich auch drauf, macht ordentlich Schaden. 50 Sekunden, bei 40 ist es sicherlich tot, denke ich mal. Der müsste nur noch mal seinen Charge-Move durchprügeln. 40? 35, 35 Sekunden ungefähr. Das andere geht noch 80 Sekunden. Ah, ich glaube, das ist zu knapp. Ich muss es ja auch noch fangen. Moment, fangen. Schnell eine goldene Beere vielleicht. Damit es nicht so lange rumzabbelt. Noch 60 Sekunden. Jetzt habe ich nicht mal Zeit, noch ein Team auszuwählen. Nach Tara also eigentlich eine relativ leichte Sache, so als Solo-Raid. Wenn ihr ein paar Kampf-Pokémon habt. Ich habe damals ja schon immer gesagt zu Anfang, macht euch eine Machomai-Armee. Machomai ist so ein geniales Pokémon. Auch damals, als es die ganzen Vierer-Raids gab. Egal, was im Vierer-Raid war. Man konnte sozusagen immer Machomai nehmen. Egal, ob gegen Despoda, egal, ob gegen Relaxo, egal, ob gegen Absol. Das waren alles Vierer-Raids damals. Man konnte immer die Machomai-Armee auspacken. Wir haben jetzt hier also Psyaner. Da würde ich vorschlagen, wir nutzen eine Despoda-Armee. Also Unlichtangreifer. Wir können ja mal hier Unlicht eingeben. Haben hier... Ne, das hat Steinkante. Verdammt, das hat auch Steinkante. Wir brauchen Bissknirscher, Bissknirscher, Bissknirscher. Ich hätte es einfach so lassen sollen, wie es war. Jetzt müssten es sechs Stück mit Bissknirscher sein. Ich habe leider das Beste auf Level 40, äh, auf Level 50 gepusht. Also ist noch nicht ganz Level 50. Aber hat Katapult Steinkante. Also für Psyaner, Psycho, nehmen wir jetzt Unlicht-Pokémon. Nehmen also Despoda, hauen da drauf. Alternativ könnt ihr natürlich auch Darkrai oder so, wenn ihr das habt. Wenn ihr das mal geradet habt. Was ist das jetzt überhaupt? Knirscher steht da. Ich glaube, ich kann dann schon zum nächsten gehen. Und kann mir mal ein... Was ist das nächste? Na, Psyaner kommt Flamara hier, laut der Liste. Da weiß ich, ich hatte es letztens versucht mit Wasser-Pokémon. Aber ich glaube, nützlicher wäre es, Flamara auch mit Despoda. Katapult Steinkante oder anderen Gesteins-Pokémon zu bekämpfen. Ich gehe also hier rein. Vergleich, wie die Zeit ist. Würde dann wieder einladen. Dann würde gleich noch eine andere... Ja, der ist sogar noch zu. Ne, dann müssen wir den anderen nehmen. Der ist noch zu. Das dauert noch. So muss man Raid mit einem Handy einfach drücken, ohne hinzugucken. Mit dem anderen immer schauen, dass es hier weitergeht. Mit 8 Uhr 13, 7 noch was, 8, 20, 8, 11, 56. Der dürfte gut sein. Hier nähern wir uns auch ungefähr der Mitte. Ihr wisst ja, ihr habt da nur 180 Sekunden Zeit, also 3 Minuten. Wenn ihr also bei 90 Sekunden seid, solltet ihr wenigstens schon die Mitte erreicht haben. Wir sind jetzt bei der Mitte des Gegners. Also der hat noch die Hälfte Energie. Aber wir sind natürlich noch über den 90 gewesen. Das heißt, hier sieht es auch gut aus. Scheint auch relativ easy zu sein. Keine Herausforderung. Passen wir mal auf. Kurz bevor der Tod ist, können wir uns nämlich schon wieder einladen zum Flammarer, um das Video nicht zu lange zu strecken. Hey, wir sind jetzt schon bei 7 Minuten, bei 8 Minuten. Und gerade beim zweiten Raid. Gut, ich habe für einen Raid eigentlich immer so 5 Minuten eingeplant. Dachte, dass es dann 25 Minuten geht. So, ich glaube, nach dem nächsten Bissknirscher können wir auf jeden Fall schon einladen. Ja, ich hause jetzt mal rein. Wie sieht es aus? Psyana. Habt ihr schon ein Psyana Solo gemacht? Habt ihr das geschafft? Was habt ihr für Pokémon genommen? Findet ihr das schwer? Findet ihr das leicht? Wie gesagt, ich hätte mir alle Teile immer entwickelt und hätte keine Raids gemacht. Aber da ich für die Champion-Medaille sowieso pushen muss, habe ich angefangen, jetzt immer wenn die Raid-Bosse wechseln, immer mal ein paar Raids zwischendurch so zu machen. Trainer, Hoffnung, Champion, könnte alles beisammen machen. Für so ein Video wäre das vielleicht eine ganz coole Idee, habe ich jetzt gedacht. Muss eh irgendwas machen. Ist jetzt nicht das interessanteste Thema, aber einige würde es vielleicht trotzdem interessieren. Eingeladen ist auf jeden Fall. Ob die jetzt gut oder schlecht sind, weiß ich gar nicht. Die bewerte ich dann einfach am Ende, wenn ich alle gefangen habe. Jetzt hier Psyana. So, großartig. 70 Sekunden gleich auf dem anderen noch, dass wir direkt mit Flamara weitermachen. Oh, der kommt auch noch raus. Nein, ich wollte doch keine gelbe Bäre nehmen. Wenn ich es jetzt verkack und jetzt nochmal einladen muss und volle zwei Minuten warten muss, das wäre die Hölle. Am besten, ich fliehe einfach und lasse ihn da sitzen. Dimiteros wäre natürlich auch gut als Gesteinsangreifer. Rihonior mit seinen Gesteinsattacken würde passen. Der ist drin. 40 Sekunden. Ich hätte mir Zeit lassen sollen. So, komm her. Hier. Raid. Flamara. Lädt ein. Schnell Team wählen. Despo da. Katapult. Stein. Kante. Also da weiß ich auf jeden Fall, dass die Attacken passen. Bei Rihonior kann es sein, dass ich die CD-Moves nämlich nicht habe. Die für den Gesteinsangreifer aber besser sind. Ich komme rein. 1, 2, 3, 4, 5. So, wir machen es jetzt mal so. Ging jetzt leider nicht anders. Das hat nämlich lauter Kyogre ausgewählt. Der andere Account war theoretisch jetzt gerade noch drin. Ich musste das Handy jetzt aber neu starten, dass der nicht mit reingezählt wird. Und mir war es jetzt wichtig, trotzdem mit Despo da zu kämpfen, weil ich trotzdem glaube, dass Despo da mit Katapulten Steinkanten einfach mehr Schaden macht. Einfach mehr austeilt. Obwohl es lauter Kyogre reingepackt hat. Mit Kyogre könnte man es glaube ich auch schaffen. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Habt ihr das schon mal mit Kyogre ausprobiert? Habt ihr schon mal Flamara Solo Raid gemacht? Damals hat Hong glaube ich Flamara Solo Raid immer probiert. Ist öfters gescheiter. Der hat sich da immer so Herausforderungen angeschaut. Hat das dann immer probiert. Flamara war damals unmöglich zu besiegen. Jetzt dürfte es aber eigentlich relativ gut gehen. Weil alles irgendwie leichter ist als damals, gefühlt. Jetzt sag mal hier, Blitzer wäre dann der nächste. Soll ich da schon mal hin? Das ist ja eigentlich glaube ich ein relativ sicheres Ding. Hat der... Ne, siehste. Der hat keine CD-Attacke. Oh. Normalerweise hat er Felswerfer oder irgendwas. Als CD-Attacke. Mein Rihonjo hier hat aber gerade nur Steinkanten. Egal. Es muss gelb werden, bevor wir die 90 Sekunden erreichen. Und es ist jetzt gelb geworden. Das heißt, wir liegen trotzdem gut in der Zeit. Gleichzeitig kann ich jetzt schon mal zu Blitzer. Und für Blitzer gleich einladen. Vielleicht ist es diesmal aber nicht so extrem hektisch. Blitzer, Blitzer, Blitzer. Heißt, wir brauchen Boden. Groudon. Knackrack. Am Wochenende ist es Sea Day. Mit Kaumalad. Kaumalad Sea Day. Knackrack. Bester Bodenangreifer dann. Mit Erdkräften. Kriegt nochmal eine heftige Attacke dazu. Jetzt habe ich bei meinen Knackracks glaube ich sowieso nur Drachenattacken drin. Das heißt, ich müsste wohl auf Groudon setzen. Auf die Groudon-Armee. Jetzt schon rein. Ne, ich warte noch kurz. Wir warten noch kurz. Wir warten noch kurz. Wir müssen ja auch noch fangen. Nicht wieder so ein Stress wie eben. Und jetzt sieht es glaube ich relativ gut aus. Das heißt, ich werde jetzt schon mal den Pass einwerfen. Einladen. Zum Blitzer. Und mit Groudon das Blitzer dann besiegen. 35 Sekunden. 34, 33, 32. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet. Wie gesagt, wenn das Rihonjo noch Felswerfer gehabt hätte, wäre die Zeit sicherlich besser. Beziehungsweise vielleicht nur Rihonjo-Armee. Dann wäre es episch. Hier müssen wir einladen. Haben wir gemacht. Flammara. Hüpft hin und her. So. Sieht gut aus. Theoretisch könnte man denken, die ganze Woche war eine Evoli-Spezialwoche. Wenn ihr das so seht. Eine Folge extra für Felinarer. Noch eine Folge für die restlichen Felinaras. Ohne Namenstrick. Eine Folge für die ganzen Evoli-Entwicklungen. Entwicklungen im Raid. Eine Folge, um alle Entwicklungen auf Level 50 zu pushen. Also. Man könnte denken, ich habe übelst den Evoli-Fetisch entwickelt. Leider gibt es Fuli-Purba und Glaciola nicht im Raid. Das wäre noch lustig gewesen. Wir haben jetzt hier. Ja, wir haben. Ich verstehe es nicht. Warum packt es das 96er zuerst rein? Und Frau Deluxe, was das 100er ist, an zweiter Stelle? Wieso macht es das? Wieso macht es das nicht anders? Ich möchte das jetzt mal hier haben und den Rest wähle ich so durch. Dann sehen wir nämlich auch, was Demeteros kann und ob der was kann. Und gehen hier rüber, um schon mal einen Aquaner zu suchen. Zu dem wir auch noch einladen. Der Benni hatte sowieso wieder alle Solo probiert. Das weiß ich jetzt schon. Bin mal gespannt, ob er alle geschafft hat. Aquaner, Aquaner, Aquaner. 46, ja, können wir das nehmen. Aquaner, natürlich. Pflanzen. Elektro. Sekrom. Ja, darf ich nicht Sekrom sagen. Sekrom. Raikou. Zapdos. Lauter so Zeug. Aber wir sind jetzt erstmal beim Blitzer. Das heißt, wir brauchen erstmal Boden. Wir haben jetzt den Meteros mit Bodenattacken. Der kann auch Erdbeben. Das sieht schön aus. Okay. Hauen hier drauf. Ich glaube trotzdem, früher wäre das alles unmöglich gewesen. Also manche Teile, die waren wirklich so hardcore. Die hast du nicht geschafft. Es ging sich nicht aus. Mittlerweile, es gibt so, es gibt ganz andere Pokémon wie damals. Ihr habt ganz andere Möglichkeiten. Ihr könnt die Pokémon höher pushen als damals. Es gibt andere Attacken wie damals. Dreier Raids waren die schon immer. Theoretisch waren die immer genauso schwer. Aber ihr seid besser. Ihr könnt jetzt einfach besser sein als damals. Und das ist der entscheidende Unterschied. Auch wenn man damals zusammen Duo Raids gemacht hat. Damals gab es noch nicht dieses Freundschaftsfeature. Da gab es auch noch nicht diesen Best... 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 Beste Freunde Bonus, wo man nochmal zusätzlichen Schaden macht. Damals musste man das einfach so packen. Heutzutage ist alles viel einfacher. Also... Das Spiel ändert sich. Aber es ändert sich eigentlich zum Guten. Es ist einsteigerfreundlicher geworden auch. Ihr habt jetzt viel mehr Möglichkeiten, immer Erfahrungspunkte auch zu verdienen. Bonbons zu farmen, zu sammeln. Früher, es gab ja noch nicht mal das Buddy-Feature. Ihr hattet ein Pokémon und dann... Wo kriege ich Bonbons her? Heutzutage setzt du die in die Arena und fütterst die. Heutzutage nimmst du die als Buddy, läufst du damit. Früher gab es sowas nicht. Das ist alles zusätzlich eingeführt worden. Gibt es überhaupt noch Leute hier, die aus 2016 kommen? Die 2016 gespielt haben mit dem alten Arena-System. Wo es noch kein Buddy-System, gar nichts gab. Ich glaube, das Buddy-System, das allererste... Also das Kumpel-Feature, dass man wenigstens Bonbons erlaufen kann. Wurde zu Halloween eingeführt, wo es die Bonbons gab. Dass man dann einen Kumpel da nennen kann, mit dem man läuft. Da war das aber noch nicht dieses Tamagotchi-mäßige, dass ihr den auch füttern könnt und mit dem spielen könnt und den Herzen verdienen lassen könnt. Das kam ja auch erst wieder viel später dazu. Jetzt würde ich schon mal auf Aquana gehen und das einladen. Ich drücke immer zu falsch. Ich drücke immer zu in der Mitte, wenn das Ding am Rande ist. Aber wenn es am Rande ist, drücke ich in der Mitte. Also ich glaube, ich habe gerade zweimal das Gleiche gesagt. Eingeladen ist auf jeden Fall. 27 Sekunden, 25, 24. Also ich glaube, wer da nicht ein heftig hochgepushtes Groudon hat, oder zwei oder mehr, oder noch Demeteros, mit irgendwelchen anderen Pokémon wäre es trotzdem gar nicht so möglich. Deswegen, die haben es schon in sich, müsste man sagen. Für mich wirkt das jetzt alles ein bisschen easy, aber wenn ich auf die Zeit gucke, ist es trotzdem nicht so, dass da noch zehn Jahre übrig sind und das jeder direkt packen könnte. Also für manche ist das bestimmt sicherlich sehr knifflig. Ich pushe einfach ein bisschen meine Medaillen jetzt damit noch und muss ein sinnloses Beatchen basteln, was ich als Übergang hochladen kann, während wir irgendwo unterwegs sind im Wald. Ja, Handy? Handy, was machst du? Meine Zeit läuft weg. Toll. Ich glaube, mein Handy hat keine Lust mehr. Wir müssen es einfach nochmal neu starten und jetzt habe ich nur noch 36 Sekunden. Ich glaube, das wird nichts mehr. Kommt drauf an, wie schnell es jetzt reinlädt. Dann habe ich es mit Aquana natürlich versaut und muss nochmal genau zwei Minuten warten. Lobby-Zeit. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Ja, nee. Ist unter 10 Sekunden, da geht es leider nicht mehr. Also nochmal neu rein und nochmal neu einladen. Nur weil das Handy rumgesponnen hat. Jetzt verstehe ich das, wieso die Leute immer sagen, ich habe keine Einladung bekommen oder meine App hat sich aufgehangen. Ich denke immer, hä, wie geht das denn? Was macht ihr denn da? Aber doch, es ist natürlich möglich. Man sieht auch, dass ich das am Sonntag aufgenommen habe. Da gab es noch Evil-Tal-Raids. Am Dienstag hat es ja gewechselt, dann kam Regirock rein. Ich hoffe, wir haben den Regirock Community Raid gemacht. Mittwoch Raid Mania habt ihr hoffentlich zu Regirock eingeladen. Ich habe mitgemacht von unterwegs, auch wenn ich das nicht streamen konnte. Und ja, heute ist Donnerstag, also einen Tag danach. Könnt ihr auch mal reinschreiben, was ihr so für eine Ausbeute hattet bei Regirock. Und ob ihr da was Gutes bekommen habt oder wie auch immer. Jetzt gehen wir hier raus. Das können wir jetzt ganz ausmachen. Gucken wir uns noch mal das hier an. Es hat also Pflanzenangreifer vorne reingepackt. Sackrom ist da. Bisaflor, Pflanzenangreifer. Sieh der ja, Tacke. Man hätte natürlich jetzt ein Bisaflor mega entwickeln können. Dann wäre das ein richtig guter Konder da dagegen. Ich möchte es jetzt aber einfach nur mit Elektro probieren. Pack mir mal ein Sackrom vorne rein. Pack mir ein Raikou. Warte, wir müssen als erstes das. Ein Raikou an zweiter Stelle, weil ich das übelst genial finde. Ein Zapfdos dazu. Ein Magnezone. Ein Elevoltec. Und ja, nehmen wir noch ein Ampharos hier. Jetzt habt ihr lauter Elektroangreifer. Raikou auch damals richtig geil gewesen. Du hast so geradet, aus Spaß nach einem Raid. Einfach mal eins getauscht. Zack. Lucky. Es war nicht mal ein garantierter Lucky Trade. Es war ein Random Trade. Einfach nur ein altes Raikou getauscht. Und ist auch ein Hunderter geworden durch Lucky. Zekrom war aus dem Raid direkt gezogen. Das Elevoltec ist auch Lucky. Ist auch durch einen Tausch 100 geworden. Also sind schon mal coole Sachen dabei. 21 Minuten. Das heißt, 4 Minuten habe ich noch. In der Zeit müsste der Kampf fertig sein. Und ich hoffe, dass Aquana dann auch tot. So, sehr effektiv. Sieht schon mal gut aus. Die Leute fragen ja eh immer, wann kommt Palkia zurück? Wann kommen die Jalga zurück? Wann kommt Zekrom zurück? Wann kommt Regiram zurück? Ich bin guter Dinge. Alles, was reinkommt und das erste Mal da ist, weiß man ja, es kommt eh wieder. Also wer das beim ersten Mal verpasst hat, der braucht einfach nur etwas Geduld. Und schlimmer ist es, wenn es schon mal drin war und auch als Shiny zurückkam und dann wieder weg ist. Denn dann kann es ewig dauern, bis das dann mal wiederkommt. Aber solange es nicht als Shiny ist, ist es ja eigentlich garantiert, dass die Teile nochmal in den Raid kommen. Weil jedes Pokémon muss einfach als Shiny eingeführt werden. Niantic wäre, wenn die das nicht als Shiny machen würden. Ich weiß gar nicht, wie das Shiny aussieht von Zekrom. Ich weiß nur, dass das hier so ein schwarzer Lederboy ist. Vielleicht wird es dann ein weißer Lederboy. Und wenn Regiram weiß ist, vielleicht wird es dann ja schwarz. Das wäre lustig. Zekrom hat auf jeden Fall ordentlich Schaden gemacht. Hat über die Hälfte Energie weggenommen. Raiko finde ich genial in der Hinsicht, dass das einfach so übelst schnell angreift auch. Guckt euch das nochmal an. Das hüpft immer vor und zurück und vor und zurück und knallt übelst drauf. Es ist vielleicht jetzt nicht das krasseste von den Angriffswerten und allen. Aber ich finde, es macht Spaß einfach mit ihm zu kämpfen. Durch seinen vor und zurück Gehüpfe. Zapdos zum Beispiel, finde ich, sieht beim Kampf komplett komisch aus. Aber jetzt ist es drin. Ich strecke meine Beine aus. Ich drehe dir an die Nase, Aquana. Wenn du mir zu nahe kommst. Einfach durch den Vogel durchgehüpft. Jetzt sieht Aquana einfach nur aus wie eine Katze, die einen Vogel vor sich hat. Die könnte mich einfach jetzt fressen, aber macht sie nicht. 50 Sekunden, 52, okay. Also auch Aquana, theoretisch kein Problem. Was war jetzt der knappeste Rate? Ich habe nicht wirklich darauf geachtet gerade, aber wir waren vorhin bei 25 Sekunden oder irgendwas bei einem. Das heißt, Aquana war sogar noch relativ easy. Wenn dann noch 50 Sekunden übrig waren, das ist noch fast eine Minute. Was war der knappeste Rate? Habt ihr schon alle Evoli-Entwicklungen solo gemacht? Oder scheidet ihr? Habt ihr es mal probiert? Warum sollte man überhaupt die solo machen? Und warum sollte man die überhaupt raiden? Nicht für den Eintrag, oder? Ihr könnt die alle entwickeln. Das ist alles kein Problem. Wir haben die jetzt hier fertig. Ansonsten, ja, haben wir hier noch einen Nachthara gehabt, aber das geht mich nichts an. Ich habe meinen Nachthara schon fertig gehabt. Es ist 20.30 Uhr. Video geht 24 Minuten, deswegen ich will nicht länger quatschen. Also wer Bock hat, wer Interesse dran hat, sonst was. Schreibt es halt mal rein, ob ihr das auch mal gemacht habt. Manche stehen ja darauf, immer wenn neue Dreier-Rades reinkommen, dass die sich die Herausforderungen rannehmen und probieren. Wirklich jeden Dreier solo. Gerade welche, die kniffliger sind. Wenn ihr das auch habt, schreibt es mal rein. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Morgen kommt noch ein Push-Video, glaube ich. Auch wieder um dieses Thema. Weil mich das verfolgt. Und ansonsten sehen wir uns dann Ende der Woche oder spätestens am Montag bei Chill mit Ramses im Livestream, um zu besprechen, wie die ganze Woche so war, wo ich jetzt abwesend war. Das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut euer Ramses.